Ahrberg 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 In 300m rechts abbiegen in die Kirchstraße Dann haben Sie Ihr Zwischenziel erreicht Hier ist noch nicht die Kirchstraße Hier ist noch nicht die Kirchstraße Die Kirchstraße Sie haben Ihr Wenn möglich Bitte jetzt wenden Hier haben wir hier noch mal einen Haken. Nein, noch mal einen Haken. Dann da ist... Oh, wie heißt der da schon? Kommt. Ach nee, Fjörnitz. Was ist hier? Da sieht man nicht. Da hat sich jetzt den Rohr. Da hinten ist auch noch eine Kirche. Ach, lass mal rein. Jetzt eins hab ich. Hier rein. Wenn man mich weiter gerne zu finden. Okay, eigentlich will ich mal gucken. Und trotzdem rein. Da ist die Kirche. Einmal schönen Parkplatz. Da ist die Kirche. Da ist die Kirche. Zwei Kirche. Und das? Ja, eine Mal. Oh, der Schrank. Star Trash. Da fehlt aber noch mehr dafür. Star. Und Tempel. Einmal mich. Bitte jetzt spenden. Hm. Ich bin schon längst. Ja. Einmal mich. Star. Aus. Wideral mich. Ich bin schon da. Du bist nicht. Wideral mich. Ja, das war hier. Jetzt rechts abbiegen. Ja, jetzt rechts abbiegen. In 200 Metern hinzabbiegen in die Gruppstrasse. Jetzt links abbiegen. 61 Metern rechts abbiegen. 2,7 Kilometer der Strasse. Alles wird angemalt. Gestern ist es gemalt. 2,7 Kilometer der Strasse. Das ist hier in Bergenstraße. Ah, Bergen, kann man auch schon. Warte, was ist da denn? Frankfurt hier. Richtung Glies. Oh, tschüss.